Es ist der Vater, der das Wort ergreifen will. Wir dachten schon, der Wildschutz. Es ist Krieg. Ihr müsst hier weg. Bald wird hier Kampfgebiet sein. Die Schweden werden kommen und über uns hinwegfegen. Ich habe vorgesorgt. Es liegt ein Platz in Hochweide. So einsam, dass kein Pfarr, kein Fußträger, keine Spur davon erstellig ist. Auf diesem Platz steht ein Haus, das sich diesen Sommer zunimmt. Dort werde ich gewohnt. Kein Mensch kennt dessen Dasein. Aber einer eben doch. Ein Mörder und Wildschütze. Den... Ich bin...